hey die leute willkommen zu epic spitzhacken fight so ich kämpfe dann gegen jaffa tiki jagger und die regeln sind einfach man kann drei boden kaputt machen mit der spitzhacke wo lagerfeuer ist ist es sicher da kann man nichts kaputt machen aber kann angegriffen werden weil man auf dem fallen ist stirbt man auf jeden fall man darf kein jetpack benutzen aber ich benutze gerade so sieht die map aus man darf er benutzen mit eineinhalb muni und darf damit den spieler abschießen darf aber keine wände zerstören und die spielregel ist einfach einfach mit der spitzhacke als letzter überleben und der fight beginnt in 321 los damit abschießen weiß ich ja wir sind im gleichen team aber selber ok lasst einmal zum runterschießen benutzen k 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 erster wird erste Runde geht an mich sein 2 1 ko epic spitzhacken k 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 r k k k k alle ready 3 er kommt 3 2 1 los ich darf nicht gegen aus er ist ja richtig gut er gibt die los genau zum ersten mal so jetzt bekommst du mich eh nicht richtig auf dein baul wo es deine kurse eselsfresse 40 ab wie hat es mir gerade 20 der mich gemacht dass wir in einer sekunde 20 wie viel abwärts du weißt ich was bedeutet jetzt kommt nicht mehr nach oben hallo hallo kannst du mir mal helfen er verkackst du selber das war's mit der feige uns an 6 rein das war's mit der feige uns abwärts Bis zum nächsten Mal.